Hey, was geht ab? Okay, danke schön für die T1-Sage. Vielen, vielen Dank. Äh, mir wurden so Clips geschickt. Ja? Jo. Richtig? Ähm, also erstmal schön, dass du noch lebst. Wir dachten kurz, du bist tot. Warum? Nach deinem Sascha-Hubert-Workout. Ach schon. Das sah, das sah schon nicht so gut aus, ja. Wenn ich hören will, muss ich. Ähm, ja. Dann hätten wir noch einen anderen Punkt. Und zwar hast du gesagt, dass niemand sich für Dilara interessiert. Ah! Hä? Mhm. Ah! Soll ich das nicht gesagt? Niemand juckt die Scheiße. Permabam. Ach so, oder doch. Ja, Digga, weißt du, wie mein Chat momentan seit zwei Tagen aussieht? Wie? Digga, jeder schreibt da irgendwas rein, was in deinem Stream läuft. So, genauso damals wie er mit dir damals. Scheiße. Aua? Okay. Ich kann's nicht mehr, ich kann's nicht mehr sehen, Bruder. Okay. Aber das ist nichts gegen sie, oder? Nein, nichts gegen dich, nichts gegen sie. Okay, weil du gönnst uns unser Glück. Scheiße. Ja. Okay. Scheiße. Würdest du, wenn es irgendwann zu einer Trauung kommt, wärst du dabei? Was ist das? Würdest du... Würdest du... Oh, Stiggy. Hm. Nee, ich sag's, nee, das passt schon. Nee, Hugo, du bist schon Macher. Du bist schon Macher, Mann. Das war's jetzt? Hugo, du bist schon Macher. Trauer! Nee, das ist was anderes. Also, egal. Ähm, würde ich nächste Woche deinen Tesla bekommen für so eine Spritztour? Also, den Tesla über die... Oh Gott, darfst du, ich durfte auch dein Auto fahren. Nein, 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 ja, aber ohne dich, das ist ja das Problem. Ja, ja, ich weiß, ja, ja, ich weiß, um die Lage abzuholen. Das war's, ist vorbei. Nein, das ist nicht vorbei. Ich darf dein Auto haben, um bei den Gamescom vorbeizufahren, um sie abzuholen. Das ist sowas noch nicht vorbei. Das ist sowas noch nicht vorbei, Cheat. Du bist der geilste Typ der Welt, ohne Scheiß. Aber nix dreckig machen. Sind das eh nicht weiße Sitze und so? Ja, aber ich, also diese, die Soße, die trinkt einen, checkst du? Von Chicken Nuggets? Ja, genau. Okay, what the fuck, okay, ich check's nicht, okay. Okay. Sag, ich hasse schon mal, nee, du hast das Auto zu kurz, ne? Nein, zu kurz. Aber du wirst ja bald, du wirst dir bald einen abmelken, oder was? Sowas von, Digger. Und dann abfährt. Und dann abfährt. Krieg ich so ein Vorher-Nachher-Bild dann? Von den Sitzen? Ja, einfach so, oder auch von dir dann generell. Also ich will einfach wissen, dass es dann passiert ist, so. Okay. Du kannst aber auf dem Monitor vom Tesla nichts abspielen, oder? Doch, oder Video. Ich fahre nicht, aber sonst ja. Aber was kann man da alles abspielen? Schicke will die Twitter-Likes abspielen auf dem Tesla-Monitor. Dankeschön für die Fünfer-Sat-Bomb. Sarah. Sarah. Schicke. MN. Dankeschön für die Fünfer-Sat-Bomb. Mh. 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 Interessant. Digger, du kannst doch, du hast den Google da. No fucking way. Doch. Okay, dann will ich davon ein Bild haben. Wie auf der Mittelkonsole so ein richtig geiler Hentai-Porno läuft. Einfach das will ich sehen. So, ich sehe die seit...